Ja, und dann London Beat. London Beat war ja die Gruppe, die Kultgruppe der 80er Jahre in London. Jetzt wird die Klappe erstmal wieder zugemacht. Sieht auch hübsch aus von draußen. Genau, wir kommen ja jetzt in die neuen Zeiten. Also, die Gruppe London Beat ist jetzt bei uns. Sie hat nämlich wieder einen neuen Titel herausgebracht, ist wieder sozusagen auf der Bühne. Und jetzt erleben Sie eine kleine Weltpremiere im Fernsehen, denn zum ersten Mal sind Sie mit Ihrem neuen Titel im Fernsehen bei uns auf der Bühne. London Beat mit Lover, You Send Me Colors. London Beat mit Lover London Beat mit Lover London Beat mit Lover, You find me you see me Musik 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 Musik